Und wir lassen jetzt ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie deine Energieblase heute ist. Oder wenn das nicht der Fall sein sollte, dass du mit den Händen nichts gespürt hast, vielleicht hast du so ein intuitives Gefühl. Ansonsten stell dir jetzt für die nächste Übung die Energieblase einfach vor. Und zwar werden wir jetzt vom Himmel zur Erde Energie, feine Energie durch den Körper hindurch fließen lassen, um dich zu reinigen von schwerer Energie. Genau, ich hoffe, ihr habt die Übung alle schon mal gemacht. Und der erste Schritt ist, dass du über deinem Kopf die Energieblase öffnest. Die Energieblase ist nach oben hin etwas geschlossen. Kannst du so mit der Handbewegung über deinem Kopf öffnen. Und dann stell dir vor, oder wenn wahr wird, feine Energie aus dem Himmel in dich hineinfließt. In deinem physischen Körper und in deine Energieblase um deinen physischen Körper herum. Schau, dass die Energie wirklich angenehm ist. Leicht. Licht voll. Und so fülle dich mit der feinen Energie des Himmels. Und so fülle dich mit der feinen Energie des Himmels. Wenn du dich gut gefüllt hast, kannst du jetzt alles Schwere, was sich schwer anfühlt, in die Erde hinabfließen lassen. Also auch wenn da jetzt noch Alltagsgedanken sind, an den heutigen Tag, denn das Andere, was sich schwer anfühlt, oder auch schon länger schwer anfühlt, lass es mit diesem Fluss in die Erde fließen. Lass die Energie des Himmels durch dich hindurch in die Erde fließen. Lass die Energie des Himmels durch dich hindurch in die Erde fließen. Spüre, wie es so jetzt in dir leichter wird. Gib ruhig, ohne Hemmungen, alles in die Erde ab. Wenn die Erde liebt diese Energie, was sich für uns schwer anfühlt, ist für sie Nahrung. Es ist keine Belastung für die Erde, wenn du was abgibst, sondern im Gegenteil, du fütterst die Erde. Gibst dir Geschenke. Und außerdem ist die Mutter Erde glücklich, wenn es ihren Kindern gut geht. Also gib alles ab, was sich nicht gut anfühlt, damit es dir richtig gut geht. Bildung. Papier. Amen. Vielen Dank. Okay, dann beende den Fluss so langsam. Fülle dich selbst nochmal komplett an, dass dein physischer Körper und dein energetischer Körper gut gefüllt ist. Danke dich beim Himmel für diese wunderbare Energiedusche. Danke dich bei der Erde, dass sie dir die schwere Energie abgenommen hat. Dann schließe die Energieblase wieder über deinen Kopf, dass du wieder ganz bei dir bist. Das kannst du mit meiner Handbewegung machen oder mit deiner Absicht. Danke. 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 Danke.